Hollywood-Star Alec Baldwin erschoss bei Dreharbeiten zu einem Western vor knapp zwei Jahren, versehentlich die Kamerafrau Helena Hutchins. Jetzt hat der US-Schauspieler eine außergerichtliche Einigung mit der Familie der Verstorbenen erzielt. Das gaben Baldwin und die anderen Produzenten des Westerns Rust bekannt. Demnach wird der Film von Januar an zu Ende gedreht. Hutchins Witwer Matthew wird Produzent des Streifens und zieht seine Klage zurück. US-Berichten zufolge wird Matthew Hutchins einen Teil der Einnahmen von Rust erhalten. Warum die Tatwaffe damals mit scharfer Munition geladen war, ist bislang unklar. Baldwin hat wiederholt jede Verantwortung von sich gewiesen.